Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. So, da oben scheint noch was zu sein. Stuck, stuck. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Buch, das niemand braucht scheinbar. Aber schön gestaltet hier herum. Wie sie den Stein darauf gebracht haben, ist mir ein Rätsel. Aber sie haben es irgendwie geschafft. Das wirkt vor allem von hier oben richtig toll. Da sind sie auch sicher gewesen, die Panditen. Aber nicht vor uns. Okay, da drüben haben wir was. Ah! So, jetzt aber. Und zwar eine Drüse, eine Brause, Elektroschrott. Und das war's. Haben wir da unten noch was? Das schaut eben so Lagerraum-mäßig aus. Schaut nicht so aus, ne? Ja, okay. Gut, dann wollen wir weiter zu Torgal. Ich glaube, der war in die Richtung. Könnte sein. So. Bisschen in die Richtung, hm? Denk ich mal. So. Dann geben wir mal Gas. Tap, 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 tap. Hier macht das Laufen wesentlich mehr Spaß, als wie bei der Evil Riffin. Ich will immer mit der Leertaste was aktivieren und was aufheben, weil ich gerade eben die Evil Riffin gespielt habe. Und, ja. Jetzt bin ich wieder krampfhaft am Leertaste drücken. So. Aber es kann nur besser werden. Nebenbei heben wir alle Pilze auf, die wir finden. Und Kräuter natürlich auch. So. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap. Wo drüben wäre ein Spinnentier. Zum Kielen eigentlich. Bin ich da richtig? Tatsächlich. Drohmesser. Heureka! Na? Nachtschatten. Geist bei dir Finster. Geht ja. So. Und dann müssen wir da rauf, ne? So, einmal. Ähm, waren wir in dem Haustor überhaupt schon drin? Bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Aber ich glaube schon, oder? Das hatten wir schon. Und nochmal rauf. So. Die Pflanze nehmen wir mit. Die Sonnenbrille ist cool. Jetzt habe ich die früher nicht aufgesetzt, ich Idiotin. So. Passt. Servus. Also, Thoralt. Ähm, Statusbericht zu den Konvertern. Der Reaktor meines Gleiters ist wieder nahezu einsatzbereit. Ja, fangen wir mal so an. Der Reaktor meines Gleiters ist wieder nahezu einsatzbereit. Das ist gut. Wir werden deinen Gleiter noch brauchen. Sagst du mir auch wofür? Er könnte der Schlüssel zum Eispalast sein. Lass ihn ordentlich fit machen. Bis wir soweit sind, muss er voll einsatzbereit sein. So weit, so gut. Doch gibt es noch einiges zu tun, bevor ich bereit bin, mein Wissen mit dir zu teilen. Die Alps müssen erst den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen gänzlich verlieren. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Jawohl. Komm, Konverter. Haben wir schon, was das geschafft hat. In Ignagon verschwinden immer noch freie Menschen im Konverter. Der stark bewachte Konverter in West-Xarkur wird noch betrieben. In Ost-Xarkur befeuern die Alps immer noch einen Konverter. Die Konverter sind das Grausamste, was dein Volk uns je angetan hat. Erst wenn sie alle schweigen, werden die freien Menschen wieder aufatmen können. Jodikator Ulbricht und so weiter. Jodikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherren für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadan. Hm. Wenn ich jemanden erübrigen könnte, würde ich ihn dorthin schicken. Leider fällt mir niemand ein. Na dann. Gott sei Dank. Wäre ja auch schön gewesen. Gut, dann haben wir die Blümchen mit. Da drüben ist nämlich auch noch eine. Da fällt mir gerade ein und mir fällt auch auf, dass wir da glaube ich noch gar nicht drinnen waren, in dem Gebäude hier. Kommt man denn überhaupt rein, ist die Frage. Da beim Fenster vielleicht. Ja. Geht. Ein Pfeil. Zwei Pfeile sogar. Ein Fässchen. 1, 4, 1, 8, 4, 8. 1, 8, 4, 8. 1, 8, 4, 8. 1, 8, 4, 8. 1, 8, 4, 8. Yeah, yeah. 1, 8, 4, 8. Oh yeah. Da muss ein Ressort sein. 1, 8, 4, 8. 1, 8, 4, 8. Geh doch. Soja. Unbrauchbare Verbandtasche. Und Zigarettenschachtel und Geldbündel. Neh mal alles mit. Lade da ein Krügelein. Eine Esse. Na, falsch. Das ist keine Esse. Das ist einfach nur so. Oder doch? Sollte es eine Esse sein? Nein, ne? Einfach nur so wie sie es im Norden die Nordmänner gehabt haben. Einfach eine, ja, ein Herd. So. Dann Klopapier. Selbstverständlich. Mächtiger Mannertrank. Was haben wir da? Elektroschrott. Eine Küste, die wir gleich öffnen werden, hoffentlich. So. Ich glaube, so einfach wird das nicht gehen. Nein. Also ich würde mal sagen, hier 3. Dann. Okay. 3 und 1. 2 und alle. Super. Geht ja. Zu einfach. Jo, es geht. Aber mir gefällt das mit dem Schlösserknacken. Ring des Berserkers. Kriegen wir maximale Energie. Okay. Apfelschnaps. Kühlende Brotsuppe. Wärmende Brotsuppe. Kleiner Heiltrank. Antitoxin. Goldener Kelch. Sauber. Du, der hat sich ausgezahlt, der Kissen. Der hat sich richtig ausbezahlt. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Natürlich. Das Beste. Ach, hier haben wir auch was. Ein bisschen Mana. Kleiner Energiespeicher. Ich habe vorhin ein Stück Schokolade gegessen. Erstens müsste ich mal was trinken. Hm, ja. Das dient noch zu meiner Nervenberuhigung. Zwecks, ähm, die Evil Befinden. Ja, so können wir, so können wir bleiben. Na, das wäre langweilig. Ähm, okay, dann hätten wir. Dann zum nächsten. Hm. Dann bleibt nur mehr er, ne? Sestak. Konverter süderbesser. So, dann fliegen wir mal dorthin. Und reden mit dem Kerl. Und dann wird wahrscheinlich wirklich die Schwester des Tugs. Das, die wird bestimmt der Schlüssel dafür sein. Leider Gottes. Aber, na, komm. Aber trotzdem mit den anderen reden passt schon mal. Dann können wir die Quest schon mal zu 50% als erledigt sehen. So, ich kann reden auch nicht mehr. Ähm, ja. Na, Schäfchen. Sestak. Ich weiß jetzt, was Sardoms Ass im Ärmel ist. Er kann Mutanten kontrollieren. Jo, fangen wir einfach von oben nach unten an, würde ich sagen. Ich weiß jetzt, was Sardoms Ass im Ärmel ist. Er kann Mutanten kontrollieren. Ich wusste es doch. Kein Elexitor gibt sich einfach kampflos geschlagen. Wie auch immer er das bewerkstelligt, er könnte sich damit zu einem ernstzunehmenden Gegner entwickeln. Pass lieber auf und glaube nicht alles, was er sagt. Ich schätze, wir werden nochmal von ihm hören. Das kann passieren. Wer von euch hat es geschafft, meinen Vater von eurer Sache zu überzeugen? Wer von euch hat es geschafft, meinen Vater von eurer Sache zu überzeugen? Das wissen wir eigentlich schon. Der Pilgatoralt soll der Schlüssel im Kampf gegen den Hybriden sein. Der Pilgatoralt soll der Schlüssel im Kampf gegen den Hybriden sein. Also noch ein weiterer Spieler im Machtkampf um Xarkor. Ich glaube kaum, dass ein Berserker auf dem Thron im Eispalast scharf ist. Unterschätze die Berserker besser nicht. Ihre Magie ist immer noch ein großes Mysterium. Zu viel Macht in der Hand von wenigen führt zwangsläufig zum Untergang. Schön. Du redest vom Hybriden und seinen Elexitoren. Ich sage nur, lass dich nicht blenden von netten Worten des Pilgers. Biete den Menschen Macht und sie werden sie ergreifen. Das stimmt, ja. Und Ulbricht hätte da eine Bitte. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherren für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadan. Nein, selbst wenn ich jemanden erübrigen könnte, glaube ich kaum, dass das funktionieren würde. Ah, okay. Dann bleibt wirklich tatsächlich nur sie übrig. Na Papa, wie geht's dir? Hör auf deine innere Stimme, mein Sohn. Das werden wir machen. Meine innere Stimme sagt mir, dass wir jetzt eine andere Quest machen sollten, weil wir ein bisschen zu schwach sind für alles. Wir haben zehn Attributspunkte, sehe ich auch gerade. Die müsste ich hier investieren, glaube ich, ne? Konstitution hatten wir gebraucht, glaube ich, ne? Für unsere Axt Stufe 3. War das gemeint? Ich weiß es gar nicht mehr, was wollte ich denn eigentlich machen? Ähm. Ich glaube, die auf Stufe 3 bringen. Glaube ich. Egal. Ähm. Gut. Strahlungspadrone. Schöne Sachen gibt's. Wunderprächtig. Okay. Ähm. Stufe 28 sind wir schon. Das ist auch nicht schlecht. Ähm. Entschuldige, ich wollte eine Quest schauen. Genau. Eine Quest auswählen. Weil, das mit dem Feld her, das wissen wir schon, Nasty würde sich da gut eignen, aber wir können ihr dabei noch nicht helfen, da sind wir noch zu schwach. Kriegt der Maschinen, alle Konverte sind, glaube ich, auch noch nicht so recht machbar. Familientreffen. Ähm. Bla. Alpfamilien, meine Eltern, mein Bruder Kallax. Ich habe das Gefühl, das hatten wir auch. Da müssen wir gegen viele kämpfen, da werden wir auch verrecken. Äh, schwerwiegender Verdacht. Ähm. Gleiter. Ich brauche Beweise. Können wir da was machen? Sadom. Können wir ihn drauf anreden? Probieren wir es mal. Äh, er ist ja gleich dort. Probieren wir es einfach mal. Wir haben nichts zum Verlieren. Da sind wieder Asseln, glaube ich, irgendwo. Ich höre sie. Besser wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Da. Zack. Auch der Guten, da kann ich momentan, glaube ich, nicht helfen. Da bin ich auch noch zu schwach. Wir brauchen auf jeden Fall dringend eine gute Rüstung. Eine bessere. Sowohl Beine, Brust als auch Helm. Sadom ist verschwunden. Zufall. Eine gute Gelegenheit, seine Sachen zu durchsuchen. Okay, Vertrag mit Ray. Sadoms Vertrag mit Ray? Mit unserem Ray? Also doch. Diese Schriftstücke weist Sadom und ein Outlaw namens Ray stecken also hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Ray, Ray, Ray. Bin schon gespannt, welche Ausrede er mir dieses Mal wieder auftischen wird. Da bin ich jetzt aber auch gespannt. Gibt es da noch mehr, was wir mitnehmen können? Ich schaue mich gerade ein bisschen um. Es wäre cool, wenn wir noch mehr Sachen hätten. Boah, dieser Ray macht mich fertig, ne? Outlaw. Einmal Outlaw, immer Outlaw. Verräter durch die Bank. Gut, dann werden wir höchstwahrscheinlich ins Lager müssen, weil da steht der gute Typ. Der gute, der schlechte, der fiese, packt mit dem Teufel. Ich habe einen Vertrag gefunden, der offensichtlich von Sadom geschrieben wurde. Darin ist die Rede von einem Verwandlungszauber eines Schakals in einen Menschen. Was? Ebenfalls ist vermerkt, dass Sadom mit dem Outlaw Ray gemeinsam Sache gemacht hat. Sie sind dafür verantwortlich, dass mein Gleiter vom Himmel geschossen wurde. Interessant zu wissen, was Ray dazu sagt. Bitte was? Soll das heißen, dass Ray in Wirklichkeit ein Schakal ist? Das würde auch erklären, warum er im Lager gesagt hat, er hasst die Schakale. Also das wäre jetzt schon ein bisschen krass, oder? Das wäre jetzt schon krass, oder? Ich würde es voll krass finden, gehen wir mal in den Lager der Mitte und hören wir uns mal an, was Ray zu sagen hat. Wenn er jetzt echt ein Schakal ist, dann hätte ich meinen Wunsch auch erfüllt gehabt, einen Schakales Begleiter zu haben. Ich meine, andererseits, dass Falk da jetzt ein Android ist, ich glaube, ich sage das richtig, ne? Das ist ja noch weniger verwunderlich. Aber dass ein Schakal... Fällt es dann ein Wolfs im Schafpelz? Boah ey, du Ray! Was ist bloß los mit dir? Ähm, dieser Tonfall verrät mir, dass irgendwas im Busch ist. Sagt dir der Name Zadom irgendetwas? Hm, du weißt es also. Was weiß ich? Naja, der Mist mit deinem Gleiter. Ja, verdammt. Ich war der Schütze, der dich vom Himmel geholt hat. Tut mir leid, ich hätte dir schon viel früher davon erzählen sollen. Wovon? Deinem Vertrag mit Zadom? Deinem Verrat? Ich hatte keine andere Wahl. Er hätte sonst... Du Schwein, wirst du mir dafür bezahlen. Ja, Zadom kann überzeugend sein. Na, bezahlen nicht. Ach so, mal ausreden. Vielleicht hätte er seinem Bruder was angedan, ne? Ja, Zadom kann überzeugend sein. Ich kannte dich nicht. Für mich warst du nur ein weiterer dieser Mörder aus dem Eispalast. Heute weiß ich, dass du viel mehr bist als das. Du wirst die Geschicke der Welt lenken, wenn du erst einmal wieder am Eispalast bist. Und ich werde dir dabei helfen, so gut ich kann. Was hat Zadom dir für deine Rolle in dieser Geschichte gezahlt? So ist das nicht, mein Freund. Er hat meinen kleinen Bruder. Tom. Er hat gedroht, Tom zu töten, wenn ich ihm nicht bei seiner Sache helfe. Ich hab's gewusst. Ja genau, jetzt weißt du, warum ich mit dir nicht darüber reden wollte. Jetzt verstehe ich den Eintrag in deinem Vertrag mit Zadom. Es ging um die Verwandlung von einem Menschen in einen Schakal. Was? Wovon redest du? Ich denke, Zadom hat deinen Bruder in einen Schakal verwandelt und ihn irgendwo ausgesetzt. Er bewegt sich unter uns, irgendwo, direkt vor unseren Augen, ohne dass wir es bemerken. Wir knurrten da hinter uns. Bist du sicher? Ich kenne Zadom. Das passt zu seinem Charakter. Wie können wir Tom dann finden? Ja, er steht hier da hinter uns. Hundertprozentig, dieser zahme Schakal ist fix beim Alter sein Bruder. Trau ihn mir wetten. Ich glaube, ich weiß, wo sich dein Bruder auffällt. Wo ist Zadom jetzt? Alles noch dran? Mitkommen. Wo ist er jetzt? Wo ist Zadom jetzt? Ich glaube, ich weiß, wo sich dein Bruder auffällt. Was? Wo? Im Lager läuft ein zahmer Schakal um mir. Ja! Ein sehr ungewöhnliches Phänomen. Ich habe den Verdacht, dass es dein Bruder sein könnte. Worauf warten wir dann noch? Wir müssen ihm helfen. Ja, und ich denke, ich weiß auch schon, wie. In deinem Vertrag mit Zadom fand ich den Trigger, den Zadom deinem Bruder für seine Rückverwandlung eingepflanzt hat. Okay, du scheinst ja zu wissen, was du tust. Aber beeil dich bitte damit, bevor Tom noch von jemandem aus Versehen über den Haufen geschossen wird. Episch! Hi! Warte mal! Tom, warte! Hi! Komm mal her, mein Junge. Na gut. Versuchen wir es mal. Orion! Yes! Ray? Bist du das? Langsam, Junge. Du bist noch etwas benommen von deinem speziellen Zustand. Was ist denn passiert? Das letzte, was ich noch weiß, ist dieser... dieser Elexetor. Zadom hat dich in einen Schakal verwandelt. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ich... ich kann mich nicht erinnern. Ist schon gut, mein Junge. Das Wichtigste ist, dass du wieder hier bist. Setz dich erst mal. Du wirst dich schon wieder erholen. Episch cool. Ich hab's gewusst. Das war mir sofort klar. Und Ray, alles gut bei dir? Tja, was soll ich sagen? Ich schätze, ich kann dir gar nicht genug danken. Mir würde schon reichen, wenn ich mich ab jetzt auf dich verlassen könnte. Seit wann wusstest du, dass dieser Schakal mein Bruder war? Offenbar rechtzeitig genug. Ja. Und ich kann nicht genug danken dafür. Der macht dich nicht. Was hab ich nur getan? Ich habe mich dem schlimmsten Kerl Magalat... Hansern vertraut und sein tödliches Spiel mitgespielt. Ich hoffe, du redest von Saddam. Nun, deine Rolle bei dem Ganzen steht auf einem ganz anderen Blatt. Und doch... Ich werde meine Schuld bei dir abbezahlen. Bis auf den letzten Splitter. Wir haben noch eine Menge vor uns. Also... Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Na, wie geht's dir, Tom? Ich... Muss mich erst mal sammeln. Das glaube ich dir. Voll cool. Echt cool, muss man schon sagen. Das war aber sonnenklar, oder? Das war sonnenklar. Und der hat sich instinktiv immer in der Nähe von Ray aufgehalten. Also, ich meine, beim Lager, ne? Hier sitzt Ray. Immer. Und er in der Nähe war immer der Schakal. Instinktiv. Und hat ihn auch immer angeklupscht, ne? Er hat das einfach aus reinem Instinkt gemacht. Weil er seinen Bruder gesucht hat. Oder... Beziehungsweise, weil er ihn halt mag. Voll cool. Also, richtig cool. Was ich irgendwann mal machen muss, ist wieder mit dem Kerl hier mich anfreunden. Die Soldaten der Alps kämpfen wie Maschinen und haben keine Ehre. Ein verabscheuungswürdiges Dasein. Wie steht es um deine Kampfkraft? Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Du trägst deine Waffen mit Stolz und folgst dem Ruf des Kriegers. Aller Ehren wert. Nur weiter so. Ich habe mich ihm gegenüber auch falsch verhalten damals. Ich war so schockiert, dass er seinen Kumpel damals getötet hat. Dann habe ich mich falsch entschieden, ich hätte es durchgehen lassen sollen wahrscheinlich. Gut. Was nun? Was nun? Questelein, ne? Hauptmissionchen Gefährte haben jetzt neue Erkenntnisse. Kaya, böses Mädchen. Ach, hör auf. Nesty wird unsere Gefährtin? Um Gottes Willen, das hat mir noch gefehlt. Das hat mir noch gefehlt. Oh Gott. Naja. Ähm, ich bin gerade ein bisschen schockiert. Alte Pflichten. Was haben wir denn noch? Familientreffen war schwer. Krieg der Maschine. War auch schwer. Ich brauche unbedingt die neue Rüstung. Ich brauche Geld. Gefährten können wir eigentlich noch die neue Erkenntnisse probieren nochmal mit Kaya. Ach, Entschuldigung, da muss ich kurz gehen. Ich bin heute schon ziemlich früh auf. Ähm. Und fleißig am Arbeiten. Meine gute Kaya. Ich kenne Xarko ziemlich gut, lass uns gehen. Ich will es zuerst speichern. Ich werde es zuerst speichern und dann schauen wir uns das Elend mal an. Würde ich sagen. So, ja. Kaya, gehen wir es an. Ich kenne Xarko ziemlich gut. Lass uns gehen. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich glaube, ich werde es verrecken. Moment, hatten wir das nicht? Überall nur Eis und Schnee. Es ist überwältigend. Das ist das Elex, das die Alps im Eispalast sammeln. Es müssen wahrlich riesige Unmengen davon sein. Und doch haben sie eine Elex-Ader in ihrem eigenen Land übersehen. Wir werden sie finden. Es läuft wie das letzte Mal. Ich werde der Spur nachgehen und du wirst mir den Rücken frei halten, okay? Ah, ich weiß schon. Genau, da waren sie schon die Monster. Stimmt, ich konnte da nicht mehr, weil ich nichts zum Heilen hatte, ne? Vielleicht schaffen wir es diesmal besser. Probieren wir es halt einfach mal. So, da haben wir schon mal einen Viech. Die Kristallrate hat es, äh, verstanden. Na! Die Alte geht mir am Nerv, ne? Habe ich das schon mal gesagt? So. Nichts wie hinterher. Ja, ich kann jetzt noch ein bisschen weg. So, geht's ein, bitte. Passt. Der ist auch weg. Und jetzt bist du ja nunmehr du. So. Passt. Looten. Looten. Was, ist das noch mehr? Alter. Alter, bist wie ich. So, tot. Passt. Fuh. Sehr gut. So, nichts wie hinterher. Ah, da haben wir einen Teleporter. Sehr gut. Die Kristallrate wird uns wahrscheinlich gleich angreifen. Da haben wir auch was. Oh, wow. Ich wollte gerade ausweichen. Ja, würdest du draufhauen? Passt. Erledigt. So. Dann haben wir noch mehr Pflanzen mit. So. Komm her. Zack. Erledigt. Komm du her. Zack. Zack. Erledigt. Sehr, sehr gut. So. Na, kannst looten. So ist gut. So, dann haben wir hier Elixit. Ich glaube, ich werde die Parts jetzt so eine gute halbe Stunde, also 25 Minuten mindestens lang machen müssen. Wenn ich da noch was reißen möchte. Ich fürchte, wir müssen da irgendwie hoch. Bleib bei mir. Wir sind nicht allein. Warum? Ja, das sehe ich gerade. Ein Wühler. Der hat es ausgewühlt. So. Dann würde ich sagen, tun wir noch einmal schnell speichern. Na, bitte, bitte. Danke. So. Und dann machen wir da oben. Elix ist so groß. 20 Minuten sind wirklich nix. Ich meine, ich müsste jetzt zwar kürzer machen, weil ich vorproduzieren muss. Ich will überlegen, dass es am schlauesten ist. Wow. Okay, ich muss mal weg. Weg. Ich muss weg. Ja, ich brauche auch Unterstützung. Würdest du etwas trinken? Mann, ey. Sonst geht nichts, oder was? Alter, alter, alter. Ich habe keine Energie mehr. Ich müsste wieder was trinken. Trinken. Ich habe nichts mehr zu saufen. Okay. Das ist natürlich wie das sehr heftig. Das ist wie das sehr heftig. Leider Gottes. Und der Part wäre auch zu Ende. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen. Fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.